Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Alois Erlmayr 1950 – Irrtum oder Lauf der Dinge Um das Rätsel der scheinbar fehlerhaften Prophezeiung Alois Erlmayrs zu lösen und zu verstehen, warum er sich bei der Vorhersage des Dritten Weltkriegs im Jahre 1950 geirrt haben könnte, sollten wir uns zunächst die Frage stellen, wie die Menschen überhaupt auf die Idee kamen, dass Erlmayr genau dieses Jahr als Zeitpunkt für den Großen Krieg festlegte. Viele von Erlmayrs Vorhersagen sind in Archiven dokumentiert, erhalten in Zeitungsberichten und in Konrad Adelmayrs Blick in die Zukunft. Doch diese eine Zukunftsvision Erlmayrs, der Ausbruch des Dritten Weltkriegs, im Jahre 1950, bleibt mysteriös und ist schlecht dokumentiert. Wir wollen trotzdem versuchen, der Frage nachzugehen, wie es zu Erlmayrs Zukunftsvorhersage kam und warum sie plötzlich durch den nachweislichen Ablauf der Geschichte veränderte. Und nun geht's los mit dem Video. Mike's neues Buch Alois Irlmayr – Beweise seiner Gabe richtet sich an alle, von Einsteigern bis zu Experten im Bereich der Prophezeiungen. Besonders aber an jene, die bisher an Irlmayr oder Hellsehen gezweifelt haben. Fundierte Beweise, Zeitzeugenberichte und erstaunliche Ereignisse lassen kaum Raum für Zweifel. Wer danach immer noch nicht glaubt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Alois Irlmayr, 1950, Irrtum oder der Lauf der Dinge Warum sich Irlmayrs Vorhersage über den Ausbruch eines neuen Krieges aus dem Jahre 1947 plötzlich doch änderte, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Von seiner Vorhersage über den Kriegsausbruch mit dem Datum 1950 existiert kein klares, zuordnenbares Zitat von Irlmayr selbst. Die wenigen Quellen, die davon berichten, stammen aus damaligen Zeitungsinterviews, in denen er erwähnte, dass der Dritte Weltkrieg 1950 beginnen würde. In diesem Interview sprach er von bevorstehenden Konflikten und geopolitischen Spannungen, die seiner Meinung nach zu einem großen Krieg führen könnten. Die Aussagen blieben jedoch sehr ungenau und nebulös, was eher untypisch für die Vorhersagen Irlmayrs war. Später bestätigte Irlmayr selbst, dass diese Prophezeiung nicht zutraf und Konrad Adelmayr dokumentierte in einer seiner späteren Ausgaben des Werkes Blick in die Zukunft von 1955 diesen Irrtum mit den Worten, Zitat, bekanntlich hat sich die Voraussage Irlmayrs über den Dritten Weltkrieg in Bezug auf das Jahr 1950 nicht erfüllt, Zitat Ende. Eine Erklärung Irlmayrs dazu besagt, dass er die Zahlen, die er gesehen hatte, selbst ausdeutete. Das aber auch durch die Fürbitte der Jungfrau Maria das Unheil abgewendet wurde. Wobei heute nicht mehr unterschieden werden kann, was Irlmayr genau gesagt hatte. Und was Konrad Adelmayr womöglich, um die Gemüter nicht noch weiter zu erhitzen, hier möglicherweise als Verleger selbst hinzufügte. Die im Blick in die Zukunft stehende Erklärung klingt ganz nach dem intellektuellen Adelmayr. Denn Irlmayr hätte solche Formulierungen als eher einfacher Mensch sicherlich nicht verwendet. Eine mögliche Erklärung für ein falsches Datum könnte eben in der Selbstausdeutung von Irlmayr mögliche Zahlen als ein fixes Datum liegen. Denn da sind Fehler schon deswegen eventuell vorprogrammiert, da Irlmayr von dieser Vision mehr als von den anderen selbst betroffen schien. Und genau deshalb könnte ein simpler Fehler in der Selbstdeutung des Datums 1950, das sich später als falsch herausstellte, hervorgerufen haben. Und was wäre, wenn die von Irlmayr gesehene Vision nicht das Jahr 1950 im buchstäblichen Sinne bedeutete, sondern eine symbolische Warnung war? Irlmayr selbst sprach auch viel später noch davon, dass die Visionen zu einem neuen Dritten Weltkrieg keineswegs verschwunden seien. Im Gegenteil, die Bilder kämen klarer und deutlicher auf ihn zu und würden immer näher kommen. Und er sprach von einem schicksalhaften Zeichen, dem Mord an einem hochgestellten südöstlich von uns. Das ist der eine Punkt, der gegen eine Falschdeutung im eigentlichen Sinne spräche. Denn ansonsten hätte Irlmayr die Zeichen für einen bevorstehenden Dritten Weltkrieg zehn Jahre nach seiner ersten Sichtung 1947 nicht nochmals deutlich bestärkt. Und zum anderen ist noch etwas sehr auffällig. Die fehlende Dokumentation über die Informationen über das Datum 1950 für den Dritten Weltkrieg in den Archiven lässt Spekulationen freien Lauf. Warum wurde dieses wichtige Interview nach dem Zeitpunkt der Erstveröffentlichung in den nachfolgenden Jahren nicht nochmals veröffentlicht? Das bleibt bis heute zumindest rätselhaft. Fest steht, dass Irlmayr später seinen angeblichen Irrtum eingestand, offen und ohne Umschweife. Er sagte, ich bin nur ein Mensch. Auch ich kann mich irren. Doch wie kam es überhaupt zu diesem, nennen wir es mal Fehler? Um die Situation besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die damaligen internationalen Ereignisse, die das geopolitische Klima beherrschten. Zwischen den Supermächten, den USA und der Sowjetunion, herrschte kurz nach Kriegsende um 1945 erneut eine Spannung, die von Tag zu Tag anwuchs. Der Zweite Weltkrieg war vorbei, aber der Frieden, den man herbeigesehnt hatte, war fragil und von Unsicherheit geprägt. Europa und vor allem Deutschland wurden in Zonen aufgeteilt, Fronten zementiert. Die Berlin-Blockade von 1948 bis 1949 durch die Russen zeigte, dass die alten Allianzen zerbrochen waren und symbolisierte den Beginn des Kalten Krieges. Die Sowjetunion installierte kommunistische Regime in Osteuropa, ein direkter Schlag ins Gesicht der westlichen Demokratien. Die USA reagierten mit militärischer Präsenz und ein Rüstungswettlauf begann. Das atomare Wettrüsten von 1945 bis 1949 war wie ein Tanz auf einem Pulverfass. Die Drohung der Vernichtung stand immer im Raum. Das Echo von Hiroshima und Nagasaki heilte noch in den Ohren. Jeder der beiden Mächte baute ihr Atomarsenal aus, in der Hoffnung durch gegenseitige Abschreckung den Frieden zu wahren. Eine fatale Logik, die die Welt stets am Abgrund hielt. Im Jahre 1948 kamen weitere beunruhigende Ereignisse hinzu. Die Morde an Mahatma Gandhi und Volke Bernadotte, die beide für eine friedliche Weltordnung kämpften, erschütterten die Menschen. Erlmayr sah in Gandhi einen der Hochgestellten, dessen Tod für ihn ein finsteres Vorzeichen symbolisierte. Vielleicht erkannte er in diesen Verbrechen das Aufkommen eines neuen, verheerenden Konflikts, eine Flamme, die den nächsten Weltkrieg entzünden könnte. Diese symbolischen Deutungen könnten dazu geführt haben, dass Erlmayr das Jahr 1950 als Beginn eines Dritten Weltkriegs sah. Doch der Krieg, den er sah, brach nicht aus. Stattdessen erlebte die Welt eine Phase des Kalten Krieges, der zwar von großer Spannung, aber nicht von globaler Zerstörung geprägt war. Der Korea-Krieg, der 1950 tatsächlich begann, hätte ein Funke sein können, der das Pulverfass entzündet. Doch stattdessen blieb er ein Stellvertreterkrieg, ein Spiel der Mächte, bei dem die direkten Akteure verborgen blieben. Erlmayr könnte die Dynamik, die zur Vermeidung eines offenen Krieges führte, möglicherweise nicht erahnt haben. Da sich zwischenzeitlich, durch was auch immer, plötzlich doch der Lauf der Geschichte veränderte. Die Angst vor dem atomaren Inferno war jedenfalls damals größer als der Wille zum offenen Kampf. Und dies schuf eine paradoxe Stabilität. Erlmayr, der in seinen Vorhersagen stets nur Bruchstücke von dem sehen konnte, was die Zukunft bringen könnte, war kein Politiker, kein Stratege. Er sah Visionen und Momentaufnahmen. Die Tatsache, dass beide Supermächte in ihrer Feindseligkeit gleichzeitig stabil agierten, könnte zu einem unerwarteten Machtvakuum geführt haben. Ein Vakuum, das sich eben nicht so einfach vorhersagen ließ. Vielleicht war es einfach der Lauf der Dinge oder etwas hatte die Zukunft verändert. Ein weiterer wichtiger Faktor könnte die kollektive Angst nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Die Schrecken, die der Krieg hinterlassen hatte, waren noch ganz frisch. Die Menschen fürchteten den nächsten großen Konflikt und Erlmayr, der in dieser Welt lebte, war nicht immun gegen diese Ängste. Seine Visionen könnten von den kollektiven Ängsten seiner Zeit eventuell geprägt gewesen sein. Aber er war sicherlich kein ängstlicher Mensch, denn er hatte im Ersten Weltkrieg als Soldat gedient und wurde schwer verwundet. Zudem musste man einiges an Mut bei seinem Handwerk des Brunnenbaus von Haus aus mitbringen. Und was auch immer zur falschen Ausdeutung dieses Datums geführt haben mag, Erlmayr machte eigentlich niemals so schwerwiegende Fehler. Und dann gibt es noch die Theorie des sogenannten Schmetterlingseffekts. Die Idee, dass kleinste Veränderungen, winzige Ereignisse, riesige Auswirkungen auf den Lauf der Dinge haben könnten und sich dadurch auch Zukunftsvorhersagen plötzlich ändern können. War es der Mord an Gandhi oder Bernadotte, der eine Veränderung vielleicht herbeiführte? Niemand kann es heute mehr genau sagen. Statt eines Dritten Weltkriegs im Jahre 1950 sah sich die Welt einer Phase des Wettrüstens, der militärischen Eskalation und schließlich des Kalten Krieges gegenüber. Doch Erlmayr blieb trotz seines Fehlers immer bezüglich des kommenden Dritten Weltkriegs unerschütterlich. Und wie hätte er denn auch beweisen sollen, dass er sich doch nicht geirrt hatte, als er das Jahr 1950 vorhersah? Sich zwischenzeitlich dann aber doch plötzlich die Zukunft änderte. Vielleicht war es, als er diese Vision hatte, tatsächlich so, dass drei Jahre später der Dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre. Doch durch eine unbekannte Änderung im Weltgeschehen änderte sich diese vorhergesagte Zukunft plötzlich nochmals. Hier ist alles denkbar und möglich. Und vergessen wir dabei auch nicht, Erlmayr sah zum gleichen Zeitpunkt wie seine Kriegsvorhersage auch voraus, dass Menschen später in einer Art Zubandschachtel sprechen und damit spielen würden. Ein eindeutiger Hinweis auf die technologische Revolution des Smartphones über 70 Jahre später. Und hier irrte sich Erlmayr auch nicht. Am Ende bleibt die Frage offen. War Erlmayrs Irrtum nur ein einfaches Missverständnis? Ein menschlicher Fehler? Oder Teil eines größeren Schicksals, das wir nicht begreifen können? Vielleicht war es nur der Ausdruck des Laufes der Dinge, der uns zeigt, dass die Zukunft niemals festgeschrieben ist. Dass sie veränderlich ist, lebendig, wie die Menschen, die sie gestalten. Aber wir stehen gerade in der von Erlmayr noch als fernen Zukunft beschriebenen Situation wieder vor dem Problem, dass der Dritte Weltkrieg sich bereits am Horizont abzeichnet. und ich für meinen Teil sehe keine Anzeichen dafür, dass es diesmal noch mal abgewendet werden kann. Aus diesem Grund rüstet euch und bereitet euch vor auf die Dinge, die uns noch erwarten. Und vergesst nicht, der Krieg ist erst der Anfang. So, das war's jetzt wieder mit dem Video. Wie immer geht ein herzlicher Dank an alle unsere Kanalmitglieder, die mit ihrer Kanalmitgliedschaft unseren Kanal tatkräftig unterstützen. Und selbstverständlich bedanken wir uns auch bei denjenigen, die uns eine Spende haben zu kommen lassen. Leute, vielen, vielen Dank. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, bleibt wachsam und gesund. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Mike. Future Whispers, etschode Zeit, wo Prophetie und Wahrheit sich vereint. Viele Zweifel können es nicht sehen, doch intelligente Menschen werden verstehen. Das Erbe Irrmeier ist schwer wie Stein, es mahnt uns klug und wachsam zu sein. Zwischenzeilen der Vergangenheit suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit. Geheimnisse, tiefer Graben in der Erde. Irrmeiers Worte, mehr als nur Legende. Vorzeichen am Himmel, klar und rein. Future Whispers deckt auf, was verbogen sein. In der Stille der Nacht, erwachen Gedanken, Zukunftsbilder, die durch die Zeiten schwanken. Verlorene Wahrheiten von Future Whispers gefunden, die Botschaft in der Vergangenheit neu verbunden. Aufwachen Aufwachen soll die Welt erkennen, das Licht was verbogen offenbart sich in Sicht. Future Whispers Aufwachen. Aufwachen.